Hallo zusammen sind wir wieder in Elkenring mit Ronja der Rabenden. Heute hier, morgen dort. Ja so, ist das mal da. Wo waren wir letztendlich irgendwo da unten? Underground. Jetzt gar nicht mehr wo. Nockron oder? Oder waren wir von Tiefwurz? Wir haben glaube ich das Ding freigeschaltet. Was ist denn das da? Hauptarm der Einzel. Irgendwas haben wir gegen den Leuchtfeuer. Ich glaube das da. Ufer des Fäulnüsse. Das war glaube ich das letzte. Egal das mache ich mal vielleicht. Anni kann ich mir nicht immer geben. Brauchst Tische? Ich brauche keine Tische gar nicht mehr. Okay jetzt würde ich sagen wir gehen mal zum Goldherr oder Goldaxt oder dem Goldigen. Laufst du einfach durch? Nein du laufst doch nicht durch. Da lauf ich durch. Bist du mir absolut sicher? Ich lege mich nicht mit dem an. Wo ich das eigentlich schon mal probiere? Ja, vor Jahren. Da sind auch noch die Frösche da vorne? Nein, lassen wir mal das. Muss jetzt nicht sein. Und nicht runterfallen da wieder. Ja, ab. So, das ist immer. Wenn man mal was suchen, ob man denn barrieren kann. So, das ist immer. Wenn man mal was suchen, ob man denn barrieren kann. Ja, das ist immer. Der Typ ein Schildhammer. Ähm. Wo haben wir denn das? So, ne. So, ein Wusch. So oder so. Also der erste Schlag, wenn er den Opener macht mit dem Sprung und er schleudert die Achse. Ich glaube da geht gar nichts. Wir sollten uns vielleicht buffeln, noch vorher. Aber was? Wir probieren ja bloß mal. Jetzt, wenn er die Axt ausholt. Wenn er so schlägt mit der Axt. Ja, probieren sie mal. Haben wir nichts zu verlieren. Wie viel Runde haben wir? Oh. Das ist blöd. Ist das? Ah. Okay, wir werden einfach mal neu gehen. So, das ist er. Das kannst du vielleicht barrieren. Im Leben nicht. Ich habe aber drauf gedrückt. Ich habe auf die Tasse gedrückt. Das weiß ich ganz genau. So, Achtung. Licht. Echt Licht mal. Ich bin Steder. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja. So, wohnen wir. Da ruhe ich nicht mit. Wenn ich nicht. Das kannst du nicht. Das ist sicher. Also da bin ich mir absolut sicher. Aber den anderen Schlag? Ich weiß halt nicht, wie... Überhaupt ein Schlag mit der Axt. Ich weiß es nicht. Also einen Versuch mache ich noch. Ich brauche eh genug Versuche, um den Klär zu kriegen in dem engen Raum. Lichtmacher. Kollegin, mach Licht. Und hepp. Ah jo. Da liege ich da ruh. Ne, denk dran. Ja, bis jetzt. Bis jetzt habe ich noch gar nichts pariert. Mach doch mal irgendwas. Ich sehe ja, der sieht richtig... Das kannst du parieren. Ja, von Wege. Also ich habe den Eindruck, dass das nicht funktioniert. Oder ich kann es nicht. Das kann natürlich auch sein. So, aber jetzt machen wir richtig. Es gibt ja bestimmt auch noch andere Gegner, wo man... Aber wenn du so ein Paria-Dingsbums machen willst, dann... Ja gut. Dann muss ich ohne Lampe arbeiten. So, Achtung. So, gehen wir neu. Hier ist der Talisman. Da habe ich ja keine. Ab Scheiße. Mach mal den oben, na? Ah, das mache ich. Was? Das hätt ich nicht machen dürfen. Du darfst doch nicht einfach so rumrollen. Ja, ich wollte trinken. Ja, du brauchst doch nicht das trinken. Unlicht. Den ist er. Ja, ich sehe ihn. So, holst du alles. Ja. Hopp. Oh, ich hab keine Ausdauer. Oh, Scheiße. Jetzt nicht wegrennen. Doch. Mach nichts. Achtung. Haben wir den auch noch? Ja. Kalismanbeutel. Ei, ei, ei. Was? Nicht gewirkt, ich weiß, 96.000. Es gibt ja nur, ich glaube, 25% mehr. Was hätte das nochmal gegeben? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab keine Ahnung mehr. Ich raste mal. Und ich würde sagen, ich gebe erstmal die Rune aus. Und dann gucken wir da unten noch einmal, was da los war. Und dann gehen wir zu dem, oh, nein, so, wie heißt der? Zu dem, wie heißt der? Kanaldeckelentferner da oben? Ich weiß es gar nicht. Ah, mein Gott. Okay? Okay. So, da sind wir wieder, ne? Ruhe aufgestiegen. Bist du dazu geschossen? Könnte man zweimal aufsteigen. Und, äh, ich würde sagen, wir holen uns jetzt erst einmal da. Brauchst du das? Ja, brauche, was brauchst du schon? Ne? Also, liegt da noch was? Da liegt noch was. Nein, jetzt ist. Nicht jeden Dreck ein Sammler, oder? Das ist gar nicht. Irgendwas, das ist noch nie genutzt, so. Oder, kann mich gar nicht erinnern. Warte mal, da vorne hockt so ein Assassin, oder? Das ist mal gleich, wie das Leuchtfeuer aufmachen. Vielleicht nicht schlecht, ne? Schnell von der Seite und so. Damit man nicht wegspringen kann. Wir haben jetzt auch nicht viel Ruhe, ne? Ah, das war blöd. Ja, man, nix. Wir haben ja die Bubble. Die Blase. Dann haben wir welchen jetzt das Leuchtfeuer. Könnten auch drauf rasten, ne? Immer das auch gleich mit, da. Das Segen des Erdenbaums. Bis doch mal lesen, was da drin steht. Gar keine Ahnung, ja? Gut, dann holen wir uns das Zeig, da und gehen mal kurz mit. Es wird dunkel. Oh. Warst du mal bei Nacht in der Hauptstadt? Hä? Und ja? Nö. Siehst du? Das ländliche Nachtleben von Lane Dillkenner. Und hepp. Das Nachtleben von Lane Dill geht zu Ende meistens schnell. So, aufmachen. Da ist ein Bogen drin, gell? Erdenbaum, Brustbogen, Kleinbogen, Mistbogen, Erdenbaum, Bogen. Habe ich auch noch nie gebraucht. Das Himmelstau. Ich habe schon mal noch niemand getötet, der, äh, unschuldig war. Gibt es überhaupt einer in dem Spiel, der, wo man das braucht? Hat man da ein, Oh, Prinzipien der goldenen Ordnung. Ja, das können wir dann, Ariel oder wieder, da ist, dann können wir das, gell? Papst. Wir schneiden jetzt. Oh, na, also. Genau, Punktlandung war das. Auf den Punkt. Ja. So, Achtung, da draußen. Wächst mit einem gefährlichen Nachtschattengewächse, du. Melst tief. Ja, das ist schon eklig. Soll ich die Arten nicht gewischen, oder was? Nicht abgeschminkt, hä? Ja. So, zweimal angeklopft und schon bist drin. So, aber du musst mal jetzt, ach, halt mal halt. Was liegt denn da? Wo war'n das jetzt? Ich glaube, da, gell? Goldene Barriere. Wenn wir schon da sind, nehmen wir's gleich mit. Kommt der schon? Aber der ist gefährlich. Das weiß ich. Wie viel los ist das? 4.000, das geht. Das Annie. Bist du sicher? Sieht gar nicht so aus. Okay. Müssen wir uns ein bisschen buffen. So, klar, Moment. Long brauchen der. Alter, brauchen nicht zu long. So, langsam. Mach' nix. Mach' nix. Mach' nix. Lauf'nommal hin. Zoom. Jawohl. Prima. Ah, das muss man abkennen, ne? So, da liegt jetzt Kranzhax Speer. Halt' die Probleme, da. Ich bin öfter schon runtergefallen, wie mir's recht war. Hat er noch was da oben, ne? Könnte noch über die Dächer gehen. Da liegt noch ein Runebruch auf dem Dach. Ach, das weiß ich, ne? Aber ein Beinswertschlüssel liegt auch da unten. Verstehen Sie? Beinswertschlüssel liegt auf jeden Fall. Du wundst auch gar nicht über die Dächer. Ne? Wieso, ne? Könnte ich da unten? Ja, wenn da unten bist und dann, dann bin ich unten. Ja, gut, wenn meinst. Du kommst da unten. Und willst. So, wenn du dich jetzt ein Gläbchen bewegst und aufpasst. Oh! So, dann haust du. Geht's wieder zurück? Geht nicht, doch? Und zwar gehst du da unten. Oh! Gehst du da raus. Und haust du den Mann in die Neue. So, das war's. Das ist ja mal was klappen, ne? So. Okay. Können Schimmer ja alles, ne? Dann könnte man zum Morgut. Oder nicht? Oder war da noch was irgendwo? Ne, ne? Schlaf gemacht, der Königin. So, dann brauchen wir Hitte. Und dann wollen wir hoffen, dass das auf Anhieb klappt. Sicher bin ich nicht. Auf geht's. So, dann wollen wir mal gucken. 8.000 Euro noch. Stimmt. 8.000 scheiß Intro. Ja, fuck you. Bist du das Ding da rausgepackt hast? Lass dich gleich auf die... Ja, was heißt gleich? Was soll ich denn jetzt? Hör mal los. Jetzt, ah, das ist ja das mal selber. Ach, Licht, komm. Oh, Kumpel, jetzt aber los, love ein bisschen. Geht nicht mehr, ja? Okay. Geht das so. Was ist da Rune nicht, ich sag? Halt! Wo ist er? Morguts große Rune und... Jawohl. Und unser Kleiner noch, ne? Wo wir da liegen hin? Dann Fatschmi, okay. Dann hätte ich Barriere kennen. Haha, ja, aber nicht. Dann hätte ich vielleicht mal übeln können. Undurchdringliche Dornen weisen alles und jeden hat niemand vermag es, den Erdenbaum zu betreten. Werd' ich noch rausstelle, Freunde. So, da haben wir unser Leuchtfeuer mit Melina kurz quatschen. Verlichter. Hallo, sind Lüche. Da hat er ja immer nur eine Märsche zu erzählen. Ja, ich weiß. Märsche-Unkel hier. So, Freunde, das war's. Jetzt haben wir ein Medaillon gekriegt. Das hat er die ganze Zeit in der Tasche gehabt. Da hätte ich das schon früher rausrücken können. Das hat's aber nicht. Ich mach jetzt erstmal einen Cut und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen, okay? Macht's gut, bis dann, ne? Und dann, ne? Ja, ich mach euch. Ja, ich mach euch. Ja, ich mach euch.